So... You must bang-click on the middle block with the engineer's hammer auf... Okay. Irgendwie... Ich hab mich verschrieben. Irgendwie hier... Das ist der blöde Hammer. Engineer's hammer. Eisen, String und Stickies. Eisen... String... Stickies müsste ich hier haben. Der müsste normal nicht so schwer sein, ja. So. Äh, zack. Aber wo baue ich den denn jetzt hin? Ich hab doch hier überhaupt keinen Platz dafür. Der ist groß, da musst du dir Platz... äh... Also wenn's der ist, der ich meine, der ist groß. Ja, der hat 3x3x3. Also wie der... Ähm... Ding... Der... Tinkers. Nein, der... Reaktor... Mann. Also... Er ist nicht so groß, aber er gehört halt nicht in dieses Dorf, er gehört halt in das andere Dorf. Aber... Ich muss halt erst das Dorf bauen, aber da verbauche ich halt die Sachen schon. Das muss später alles umziehen. Ja... So, jetzt hab ich den blöden Hammer. Jetzt warte ich immer noch auf meine... Bricks. Okay, so. Ich hab einen Stack. Und raus mit dem Zeug. Ähm... Coke... Brick... Okay... Ich brauch auch Sand Slow. Das ist nicht schlimm, davon hab ich genügend. So... Mir geht nur der Clay langsam aus. Ich muss... Ich muss... Ich muss kurz... Meine... Gesundheit... Meine... Augentropfen nehmen, weil... Es sieht grad wie... Teufel. Ich bin gleich wieder da. Aber mir juckt's in der Nase. Ah... Aber mir juckt's in der Nase. Kalki... So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt seh ich zwar etwas verschwommen, aber... Es ist mir egal. Ist mir egal. So. Bricks. Ich schnief. Acht hab ich. Scheiße. Mir wird doch jetzt nicht in etwa der... Clay ausgehen. Da muss ich wieder warten. Was wollte ich eigentlich? Ach so. Ja, genau. Da bin ich gerade dabei. Okay. Ich bin nicht wieder von meinem Plan abgewichen. Ich war mir gerade nicht sicher. So. Ich habe 10. Wie viele von den Reaktor-Casings werde ich brauchen? Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich mache einen Start. 10, elf. Ne, das ist viel zu viel. 10, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, siebzehn. 21, glaube ich, sind es. Ja, weil ich brauche die ja für die, ähm... Ach so, stimmt, 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 stimmt. Für die einzelnen Zusammensetzungen. Dann weiß ich nichts. Aber du brauchst mindestens 21 für den Reaktor an sich. Jo. Reaktor-Controller, Reaktor-Casing. Was brauche ich sonst? Ähm, Fuel-Rod. Mhm. Warte. Das ist eigentlich alles so schön in einer Reihe. Genau, du brauchst den Reaktor-Casing, den Reaktor-Controller. Ähm, Reaktor-Control-Rod. Den, ähm... Reaktor-Control-Rod. Genau. Okay. Dann den Reaktor-Power-Tab. Der ist gleich daneben normalerweise. Mhm. Und dann den Reaktor-Access-Port. Warte, was habe ich jetzt da falsch? Power-Tab? Das muss ja... Ah ja, es liegt noch ein Redstone zu viel drin. Okay. Jetzt, ja. Und den Access-Port. Genau. Okay, da brauche ich noch eine Kiste an den Pisten. Das müsste es sein. Hm. Ja. Das war's eigentlich. Und die Fuel-Rods, ne? Ja, genau. Okay, den muss ich noch suchen. Ich glaube, die hat ein... Ich glaube, das heißt so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Fuel. Big. Wie hießen die denn? Mit Fuel... Genau, Hyalurium-Fuel-Rod. Mhm. Oh, Feuer. Die wollen sich mir hier gerade nicht, ähm... Nicht was? Oh, okay. Okay, bekunden. Okay, was wird noch für das Ding? Gelurium, Graphite, Iron... Müsste ich doch eigentlich alles haben. Oh! Ich hab nicht genug Grafit. Deck ist nicht genug. Okay. Oh, noch einen. Komm schon. So. Jawoll. So, wo baue ich den jetzt hin? Scheiße. Wenn er nur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ich baue den jetzt einfach hier hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3... 1, 2, 3... Hä? Wie hat er doch gereicht? Was? Was? Ach, 27. Oh, ich bin so ein Mathe-Genie. Wahnsinn. Ah, es ist mir... Eisen ist mir auch noch ausgegangen? Okay. Okay. Es brennt halt schneller. Und... hab alles. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Ja! Okay, okay. Ich komme zu dir. Äh, zack. Du bist unten in deinem... Ach, ne, du bist hier. Warte. Ich warte auf dich. So. Ich kann wieder keine Leitern runtergehen mit den blöden Schuhen. So. Also, ich möchte die Quarry letztlich, äh... unten... anbauen. In meiner... Strip Mine hier unten. Mhm. Deswegen... Genau, das sind... Hast du übrigens meine... Dinger schon gesehen? Irgend... Meine... Wo sind die jetzt weiter hoch? Glaube ich. Ich hatte hier doch irgendwo... ...meine Enchantment Table. Da! Ah. Guck! Ach, cool. Ist hübsch geworden, ne? Ist auch cool mit den Essenzbären, ja. Ja. Ich fand die nämlich ganz praktisch. Das stimmt. Sie sahen hübsch aus. So, das muss ich hier nochmal hübscher machen. Also, du brauchst ein bisschen Platz für Quarry und Reaktor und Kisten. Ja... Ich guck mal... Das ist noch zu hoch. Oder ist das einfach nur eine Höhle hier? Ähm... Die Quarry baut dir nur knapp 5 Blöcke nach oben. Also, die baut dir nicht den kompletten... ...Ding nach oben hin ab. Also, zumindest in meiner Höhle. Ja, deswegen würde ich sie nicht ganz so weit unter... ...untersetzen. Ja. Weil nach unten macht sie dir alles weg. Ich überleg grad, ob das... ...hier vielleicht... ...nicht verkehrt wär. Ja, also, hier schaut schon mal nicht schlecht aus. Ja, ne? Ja. Warum, da hast du auch Platz für Kisten und sonstiges. Bin ich hier grad so vorbeigelaufen und dachte, das könnte doch... ...nicht verkehrt sein. Ich mach hier einfach mal Platz für so viel Marmor, ey. Aber das ist nicht der Chisel. Sondern der andere. Oh ja. Von dem brauche ich auch zu viel. Aber der ist... Der ist eigentlich fast hübscher in seiner Reinform. Weil der diese Struktur hat. Ja. Deswegen hab ich ihn aufgehoben. Weil ich bin mir sicher, ich will irgendwas mit Marmor bauen. So. Weil ich wurde nämlich geflutet mit Marmor. Lass uns doch hier den Reaktor hinbauen, oder? Okay. Weil dann brauchst du erstmal ein 3x3 Feld mit Reaktor-Casings. Mhm. Genau. In der Mitte kommt dein Fuel-Rod rein. Mhm. Dann kommt hier dein Strom, also dein Power-Tab, glaube ich, ist es. Das rote. Ja. Genau. Da vorne kommt der Controller hin. Und hier an der Seite kommt dein... das gelbe Ding hin. Nicht das, was du gerade in der Hand... Export? Ja. Genau. Dann kommt der Rest von der Ebene, wird wieder mit Reaktor-Casings aufgefüllt. Genau. Und jetzt über dein Fuel-Rod kommt das mit dem weißen Punkt. Ich weiß den Namen wieder nicht. Ja. Control-Rod. Genau. Und aussuchen wieder Reaktor. Reaktor-Casings. Genau. Und dann müsste er seine Struktur eigentlich verändern. Ja, die müssten sich dann zusammen... Ah, ja. Genau. Und da drüben in deinem gelben Ding hier kommt, ähm, Jelodium rein. Äh... E-Chunk-Fuel, E-Chunk-Waste, Intel... Einfach reinlegen? Einfach reinlegen, ja. Und dann... Genau, da drüben kommen dann deine... Energie-Dinger, also deine Energie-Kabel raus. Ups. Kommt deine Energie-Kabel raus. Ah, meine... Mhm, meine Conduits. Genau. Die muss ich holen, ja. Und da vorne, wenn du... Auf diesen grünen Pfeil unter dem blauen Barren ist, da steht Activate Reactor, wenn du den anmachst. Ähm, also du kannst den schon anmachen, dann... Aber dann... Läuft die... Der Akku erstmal voll, ne? Genau, genau, genau. Der läuft dann soweit voll. Genau. Juhu! Und der läuft halt jetzt, und dann... Den kannst du erstmal volllaufen lassen, und dann kannst du die Cory einfach mit den Dingern anschließen. Okay, das Ding ist echt easy. Ja. Also der Basis-Reaktor. Also da war das ganze Zeug, das ich letztes Mal gebaut habe, ja echt ekelhaft, ja. Ja, ich sag ja, das war... Innerhalb von 10 Minuten stand der bei mir. Also das ist ja kein Thema. Also Leute, hier habt ihr mal einen Reaktor gesehen. Das ist super einfach. Ihr braucht Jelurium, Eisen, Grafit, Redstone und einen Diamanten und einen Pisten. Ja. Und dann könnt ihr euch das Ding hinstellen. Ich glaub, das war's. Ja. Easy. Ich hab noch 26 von den Dingern über. Oh ja. Also wenn du deine Cory hast, komm ich gerne wieder zum Hilfen. Oh, okay. Wenn du sie hast. Ja, naja. Ich gebe in zwei Stunden einen halben Scheid. So, wo ging's hier denn eigentlich jetzt wieder raus? Ups. So. Oh, da liegt noch Zertusquartz. Oh, da liegt noch Zertusquartz. Oh, da liegt noch Zertusquartz. So. Yay. Okay. Ich hab mal einen blöden Ofen. Ähm. Da... Das wollte ich eigentlich. Genau. Charging Station. So. Ja. Kripscher muss es auf alle Fälle noch werden. Okay. Ich brauche Kohle. Gut. Ich... Ohne Scheiß. Das heißt, beim Compacting Drawer passt keine Kohle mehr rein. Oh. So viel Kohle hab ich. Ja. Das Schlimme ist, meine Kissen sind immer noch voll mit Kohle. Ja, ganz so viel Kohle hab ich tatsächlich nicht mehr. Funktioniert der jetzt so? Ich glaube schon. Das ist das dauert ja ewig. Ah. Ich hab schon leid. Daraufhin erst mal einen Salami Stick. Boah, ich will auch. Das ist mein Frühstück heute. Ich hatte Kekse. Das ist auch kein schlechtes Frühstück. Ja. Hab ich mir auch gedacht. Das waren die Zitronen Jaffa Cake. Ich hatte schon ewig kein Jaffa-Kilk mehr. Ich liebe Jaffa-Kilk. Ich auch. Oh, super. Und die haben halt jetzt diese Sommer-Edition mit Zitrone. Normalerweise mag ich die anderen Geschmacksrichtungen alle überhaupt nicht. Aber Zitrone ist lecker. Ich bleib beim Standard-Oh-Rose. Ja. Zwischendrin mag ich da mal rumprobieren, aber ich glaub, auf Dauer ich auch. Das ist leider beim Frühstück und beim Mittagessen. Was war die Quarry wieder für eine Erweiterung? Für eine Mod? Extra Utilities. Applied, dann extra Utilities. Mhm. So. Eye of Ender. So. So. Ja. Ob ich da genug hab, weiß ich auch nicht. Obsidian weiß ich auch nicht, ob ich genug hab... Schau' wir mal. Ich glaube, ich habe kein Obsidian mehr. Das ist schlecht. Wo kriege ich denn das da jetzt raus? Einfach einen Eimer reinlegen. Das wäre einfach. Glazepower, äh, richtig, den brauche ich ja auch. Wie kriege ich den aus meinen Blumen raus? Einfach ins Dingmenü legen. Okay, einfach craften. Ich glaube, Blümchen habe ich. Die müsste ich hier irgendwo angebaut haben. Okay, das dauert echt ewig. Da, da ist er zu. So, wo habe ich ihn denn? Ich wusste, dass ich euch aus dem Grund behalten habe. Das sieht so geil aus im Inventar, wenn das brennt. Oh ja. Oh, wie kriege ich denn jetzt das? Hey, ich habe zwei Enderaugen. Ah! Okay. 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 Ich brauche Cakes. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade funktioniert hat, aber es ist in Ordnung, es hat funktioniert. Yay! So, für das eine Teil wohlgemerkt habe ich die Scheiße jetzt gemacht. So. Copper, Wire, Coal. Ich habe kein Obsidian mehr, weil ich dann alles für Darksteel benutzt habe. Copper und Stickies. Sag mal, wie viele Obsidian hast du eigentlich noch? Äh, oh, ich habe mir gerade erst 16. Ah, okay, das reicht nicht. Moment, dann sporte ich mich irgendwo. Weil ich nämlich, ähm, Upgrades gemacht habe, ganz viele, deswegen habe ich nur noch so wenig. Fast, ich habe hier eine Stelle für Obsidian. Sehr gut. Und ich brauche Copper. So. Joa, und dann habe ich gleich mal Diamanten gefunden beim Obsidian abbauen. Klar. Warum läuft es eigentlich nicht immer so? So. Scheiße. Das war nix. Äh. Da ist er. Die wollte ich eigentlich. Genau, und jetzt wollte ich den da machen. Kann ich es jetzt endlich machen? Nein. Warum nicht? Oh, du wirst mir gar nicht auf den Sack. Habe ich kein Eisen? Ich habe kein Eisen mehr. Ich bin mir sicher, das funktioniert jetzt dann auch nicht. Ich habe kein Eisen mehr. Ich bin mir sicher, das ist ein Eisen mehr. Ich bin mir sicher, das ist ein Eisen mehr. Jawoll. Charging Station. Charging Station. Geh weg. Ich habe dich falsch hingebaut. Ich habe dich falsch hingebaut. Okay, sie lädt schon mal auf. Ja. Ja. Oh. Oh, ich bin so gut. Also wenn er jetzt wirklich aufgeladen wird, wäre das natürlich perfekt. Hoppala. Hat er jetzt schon ein bisschen... Also ich kann ihn reinlegen, aber ich weiß nicht, ob er das immer was tut. Es steht da kein LF dort. Ich lasse ihn mal. Fertig. Aufladen. Mhm. So, in 2020. Aber du hast jetzt so eine Charging Station, also eigentlich müsste es funktionieren. Es geht auch, glaube ich, gerade jetzt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.